Ich bin aber gespannt. Ich glaube, es wird heute sehr, sehr eng. Ich habe natürlich auch mit den anderen Jurykollegen gesprochen und jeder hat irgendwie eine andere Favoritin gehabt, aber das macht es ja gerade interessant und so schwierig auch für die Teilnehmerinnen, weil Geschmäcker sind unterschiedlich und wichtig ist, dass man hier nichts verlieren kann. Man kann nur gewinnen und wenn es selbstbewusst ist, dann einfach Spaß hier ist. Und da geht der TV Miss Hannover 2016 an die Staffel 2, an Alexander Okulow. Das ist atemberaubend, ich weiß nicht, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Es ist einfach wow. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega und werde wahrscheinlich die nächsten Wahlen erstmal auch mitmachen in der Sachsen und hoffe dann irgendwann auf den Miss Germany Titel. Und ja, mal gucken wie weit das kommt. Ja. 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 Und ja, ja. 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 Ja.